Unter uns, Star Tabea Heinig, zeigt mit 54 Jahren, dass Alter nur eine Zahl ist. Die Schauspielerin hat jetzt für den Playboy die Hüllen fallen lassen. Damit feiert sie ihr 15-jähriges Jubiläum bei der Daily Soap. Doch nicht nur das. Sie setzt ein Zeichen für Frauen jeden Alters. Vielleicht musste das so zusammenkommen, sagt Tabea im Gespräch mit dem Playboy. Es ist doch total egal, wie alt man ist, fügt sie hinzu. Mit dem Shooting will sie Grenzen verschieben und Frauen Mut machen. Sie weiß, dass man den Alterungsprozess nicht aufhalten kann. Aber wir können das Beste aus jedem Alter machen, betont sie. Ihr Wunsch an die Leser und alle Menschen ist klar. Ich wünsche mir, dass es selbstverständlich ist, dass wir Frauen auch mit über 50 so gesehen werden, wie wir sind. Privat ist Tabea ebenfalls glücklich. 2018 heiratete sie ihren Mann Oliver. Kurz darauf wurde sie mit 47 Jahren zum ersten Mal Mutter. Ihre späte Mutterschaft zeigt, es ist nie zu spät für Träume. Meine Hochzeit war 13 Tage vor der Geburt meines Sohnes. Noch Fragen? scherzte sie gegenüber Picture-Puzzle-Medien. Mit ihrem Lebensweg inspiriert sie viele Frauen. Tabea Heinig ist der Beweis. Alter ist kein Hindernis für Erfolg und Glück. Wir dürfen gespannt sein, was sie als nächstes plant.